Hallo, liebe Gaming-Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario 2. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Ich war zwischendurch krank und ich bin voll aufgedreht. Ich bin gerade durch meine Bude getanzt bei der Titelscreen-Musik und ich habe gerade keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich gehe mal Professor Gumbart fragen. Wie gesagt, ist eine Weile her. Zwischendurch krank. Pipapo. Po. So. Hallo, was müssen... Ne, was müssen wir nochmal tun? Wenn ihr die Fahrkarte von Alpalmone habt. Alpalmone. Alpalmone. Wo war der nochmal? Ähm... Marono war irgendwo hier hinten, aber Alpalmone war woanders. Der war doch im Westend. Stimmt's, Jamie? Der war im Westend, oder? Schauen wir nach. War da nicht im Laden eine Hintertür? Ich meine, es war so. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-bombe. Aufgedreht? Ich? Ne, wie kommt's denn da rauf? So. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Wo stammt das nochmal? Hier, drei. Yay. Dich habe ich gesehen. Schön. Sehr, sehr schön. Was haben wir an Items? Das muss ich auch nochmal kurz auschecken. Aha, aha. Superpilz, Superpilz, Lebenspilz. Wie viel Geld habe ich? Oh. Vergessen wir das? Alpalmone war doch hier. Hallo. Oh, 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 was ist denn mit dir los? Oh, Palmina. Seht euch den Boss an. Die Trauer um seine verlorene Tochter hat ihn krank gemacht. Romanzo war wie ein Sohn für ihn. Seitdem er weg ist, liegt der Boss nur noch rum. Für die Räuberbande sind goldene Zeiten angebrochen. Und abgesehen davon, was wollt ihr eigentlich vom Boss? Was? Ihr wollt eine Fahrkarte für den Glimmerliner? Ihr wollt eine Fahrkarte? Ja. Erst wollten wir ein Flugticket, jetzt wollen wir eine Fahrkarte. Sehr interessant, aber wir können dir da leider gar nicht helfen. Darum müsste sich schon der Boss selbst kümmern. Oh, Palmina. So habe ich den Boss noch nie gesehen. Wenn wir wenigstens wüssten, wo Palmina sich auffällt, ging es ihm sicher besser. Ja, da auf der Insel. Palmina und Romanzo? Waren das nicht die beiden auf der Aida Corsaria? Ja. Was? Was sagt ihr da? Ihr wisst, wo Palmina ist? Wirklich? Nein, ich sage das nur so aus Spaß, weißt du? Wenn du lügst, mach besser dein Testament, bevor wir dich zu fassen kriegen. Aber ich sage doch die Wahrheit. Wenn du wirklich weißt, wo sie sind, bringen sie schnell nichts her. Nein. Wir würden auch gehen, aber wir können den Boss ja nur so nicht allein lassen. Genau, wenn ihr ihm seine Tochter wiederbringt. Dann sorgen wir dafür, dass ihr eure Fahrkarte bekommt. Nee, die wollen auf der Insel glücklich werden. Was soll das? Ihr lehnt unsere Bitte also ab? Das solltet ihr uns büßen. Na gut, einverstanden. Ja, was denn jetzt? Das solltet ihr uns büßen. Okay, na gut, dann büßen wir das halt. Wusste ich es doch. Ihr seid eben echte Kumpel. Ja, toll. Was hätte ich da denn bitte wählen sollen? Also, wir zählen auf euch. Das war fies. Das war so fies. Aber ich kann die doch jetzt nicht einfach zurückholen. Das geht doch nicht. Die verholen mir den Hintern. Oh Mann. Oh Mann. Das geht doch nicht. Aber na gut. Das muss dann wohl doch sein. Aber zurück zu dieser verkackten Insel. Ach nee, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Aber ich möchte mal kurz wieder wechseln. Wechseln. So. Geht halt ein bisschen schneller. Ist viel angenehmer. Was sein muss, muss sein, oder? Wechseln. Hallo. 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 Ich möchte durch. Hey. Hey, du da. Du willst zu einer Corsaria? Jupp. Also gut. Fahren wir los. Wir legen ab. Kurs auf einer Corsaria. Genau. Einfach mal oder schief umdrehen und weg. Ich hoffe, ich muss da wirklich hin. Ah, schön. Ah, schön. Ach, gerade erst von da an kommen und schon wieder hin. Ich glaube es nicht. Ah, weißt du, was gut ist? Wir können noch so einen Wacker-Kick holen. Machen wir das doch. Ne? Na, komm schon. Wacker, schlag mich nicht. So. Mal sehen, was die Leute hier aus dem Camp gemacht haben. Hallo. Es sieht noch genauso aus wie vorher. Sag mal, Leute, wo sind denn die Turtel-Täubchen? Das hier ist doch keine unbewohnte Insel. Schließlich sind wir hier. Ja, da hast du recht. Oh, der Kapitän. Also, die jungen Leute sind in den Dschungel gegangen. Sie wollten wohl etwas suchen, haben sie gesagt. Nein, bitte nicht. Pamina und Romanzo? Die beiden müssen hier irgendwo im Dschungel sein. Knutschen wohl wieder. Da wird man schon neidisch, wenn man nur daran denkt. Wir sind im Dschungel. Ich will nicht. Halt, ich habe da was glitzern sehen. Ich habe da was glitzern sehen. Da. Hehehe. Hm, ja. Irgendwo im Wald. Das ist ja mal wieder sehr präzise. Boah, im Dschungel. Hi. Ach, Gott sei Dank, ey. Hallo. Oh, Mario. Schön, dich zu sehen. Können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Ja, kommt mal mit. Was? Der Boss? Einfach rumgekippt? Das ist ja ausgerechnet jetzt. Also, ehrlich gesagt, ich habe irgendwie auf der Insel meinen Ehering verloren. Und ohne meinen Ehering kann ich die Insel natürlich nicht verlassen. Und natürlich, natürlich muss ich den suchen. Wetten, wetten, wetten. Wir waren nur an den Bartfelsen weiter weg. Was? Bartfelsen? Achso. Er kann also... Genau. Wir waren nur an den Bartfelsen. Weiter weg kann er also nicht sein. Aber Palmina. Der Boss, dein Vater. Sollten wir den Ring da nicht einfach vergessen? Romanzo? Was sagst du da? Dieser Ring ist ein Symbol unserer Liebe. Du findest diesen Ring. Oder willst du etwa sagen, dass du mich nicht mehr liebst? Oh, Weiber, ey. Natürlich liebe ich dich, Palmina. Das ist nicht genug. Oh, Weiber. Hundertmal musst du sagen, dass du mich liebst. Was? Los, sag es, wenn du mich liebst. Oh, Weiber. Äh, also, Palmina, ich liebe dich. Ist das genug? So, nicht Romanzo. Noch 99 Mal. Los. Ich liebe dich. Was? Was? Also, also, ich liebe dich. 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 Nee, ne? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Zehnmal. Ich liebe dich. Oh nein. Ich liebe dich. 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 Oh Gott. Komm, ein paar Mal noch. Ich liebe dich. 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 Und ich liebe dich. Also, wie war ich? Moment. Also wirklich, Romanzo. Hör schon auf. Wir sind nicht allein. Oh, Viper. Also gut, Pamina. Und jetzt finden wir so schnell wie möglich deinen Ring. Wir ticken die noch ganz sauber. Das frage ich mich auch. Wenn du mich fragst, Bomber. Wir müssen denen bei der Suche wohl helfen. Ach, Jamie. Was verlangst du von deinem Kerl? Bist du denn irre? Das ist ein Kerl. Vergiss das nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Das geht richtig auf meine Stimmbände. Ehring? Nein. 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 Weißt du, da hat man das Kapitel schon beendet und alles. Und dann kommt hier so eine Kacke. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Kapitel. Und das... Oh, ich bin so gespannt. Ruft eine Yoshi-Herde, die alle Gegner angreift. Drücke L und R abwechselnd. Wu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu. Wui. Yay. Die sind ja alle groß. Die sind ja alle nur grün. Ich dachte, die wären bunt. Elektrisch geladen. Na toll. Na toll. Wieso habe ich hier eigentlich nur 14 Kp? Kann mir das einer mal sagen? Wir hätten dann wohl vorher mal schlafen gehen sollen. Ja, das wäre gut gewesen. Aber irgendwie habe ich das wohl von Anfang an versäumt. Hä, Pant. Oh, ich will nicht. Ich war froh, von dieser Insel weg zu sein und dann sowas. Näh. Aber wir lieben dich ja. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Oder so. Hepa, hepp. Und bam, 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 bam. Lass das. Mist. Ja, ich glaube, ich pfeife mir dann gleich irgendwas rein. Nützt ja nichts. Ja, was machst du denn jetzt? Und diesmal treffe ich. Oh, diesmal kann ich vier Eier werfen sogar. Aber leider treffe ich nicht richtig. Dr. Wie geht's? Bis zum nächsten Mal.